Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns im Jahre 2222 In einer Welt voller Brutalität und Gewalt In einer Welt voller Brutalität und Gewalt In Megacity Kurz nach der fünften Wiederwahl des großen Destroy-Roy zum großen Destroy-Roy Das System hat vor einigen Jahren in demokratischer Abstimmung Das Währungsprinzip der Freiheit eingeführt Ein unabhängiger Zentralkomputer Wacht über die vorhandenen Freiheiten der Bewohner von Megacity Weitergehen! Stehenbleibes! Sektor nicht erlaubt! Kraftkontrolle! Kraftkontrolle! Na, einen Moment! Oh, Flamingos! Illegal, Insektor 4! Hinterher! 3! Sicher! 3! Sicher! 6! Sicher! Schreie! 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 Ihre Freiheiten sind verbraucht. Melden Sie sich umgehend auf der freundlichen Behörde. Oh nein! Vielen Dank! 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 ... und mit der kriegst du alles... Bernie, zeig dir dir mal deine, Karte! Wie! Und so was haben hier wirklich alle? Alle! Du kannst froh sein, dass ich die Sicherheit noch nicht erwischte! Genau! Und wie bekomme ich denn so eine Karte, wenn die so wichtig ist? Na, bei der Geburt! Aber ich bin doch schon geboren! Tja, dann... …höchstens auf der Behörde! Ja », auf welcher Behörde denn? Na, auf der FREUNDL쪽en Behörde! Aber es gibt nur diese eine. Und wie komm ich da hin? Du? Hä? Ich muss da sowieso noch hin! Soll ich sie hinbringen? Wie soll Katzenbude sie hinbringen? Katzenbude, bring dich hin, dass du unterwegs nicht weghaut! Mach hin! Die Frau hat so einen! Du weißt! Du weißt! Die Frau ist für uns! Die Frau hat so einen! Sie hat so einen! Du weißt! Du weißt! Und wie wir uns! Die Frau ist für mich! Dude! Ich bin der freundliche Herr von Ihrer Behörde. Ein hartmoffenes Ohr für jede Beschwerde. Jeden Tag von sieben bis zwölf stehe ich hier bereit. Ein einfaches und ich habe gern für Sie Zeit. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Karte ist so fett, einkaufen kann ich noch, aber ich kann nicht mehr meine Wohnung. Ja, sieht mir ganz so aus, als wären Ihnen die Wohnfreiheiten gesperrt worden. Aber ich muss doch in meine Wohnung kommen. Was soll ich denn unruhig tun? Ohne Wohnung bin ich doch wohl wohnungslos. Ja, aber ich kann Sie beruhigen. Im nächsten Februar bekommt Sie schon neue Wohnfreiheiten. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wir sehen. Wiedersehen und haben Sie wieder mal Probleme? Die freundliche Behörde, die müssen doch mir wohnen. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, guten Tag. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Mir ist der Zugang zu meinem Orgasmotron gesperrt worden. Stattdessen bekomme ich jetzt ein Zentner parfümiertes Briefpapier die Woche. Und das kann ja wohl nicht. Doch, das ist korrekt. Das ist eine kreative Maßnahme. Das ist alles einfach eine kreative Maßnahme. Aber ich brauche mein Orgasmotron dringend. Und was soll ich mit einem Zentner parfümiertem Briefpapier die Woche machen? Ich brauche ja Briefe schreiben zum Beispiel. Sie bekommen am übernächsten ja auch Stifte dazu. Stifte? Ich bin auf Ihren Klagen. Nicht zu danken. Wiedersehen und haben Sie wieder mal Probleme? Die freundliche Behörde, die müssen doch mir wohnen. Was kann ich für Sie tun? Mein Nachbar versteckt Illegale und da wollte ich fragen... Kommen Sie mal ganz kurz aufs Zimmer 110. Waren Sie wohl schon, was? Ja, aber ich wollte fragen, wenn dann die Wohnung frei ist, ob mein Schwager vielleicht... Es tut mir wirklich sehr leid, da kann man leider nichts machen. Vielen Dank. Nicht zu Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen und haben Sie viermal Probleme? Die freundliche Behörde, die müssen doch mir wohnen. Meine Karte funktioniert nicht mehr. Meine Karte funktioniert nicht mehr. Oh, sieht mir ganz nach einer Vollsperrung aus. Aber da muss ein Fehler in Ihrem zentralen Computersystem vorliegen. Nein, das zentrale Computersystem macht niemals Fehler. Aber diese Karte muss funktionieren. Ich kann Ihnen leider nur bestätigen, dass sie nicht funktioniert. Aber, aber gestern hat sie doch noch einwandfrei funktioniert. Ja, dann kann ich Sie jetzt höchstens auf Zimmer 312 verweisen. Dann könnte ich Sie dann zur Verfügung stellen, aber ich würde es Ihnen nicht unbedingt raten. Wiedersehen. Ich komme nicht zu verwerben. Ich muss sich alles leeren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich mache nur meinen Job, ja, auf der Behörde. Habe ein offenes Ohr für jede Beschwerde. Doch wenn ich könnte, wie ich wollte, wenn ich dürfte, wo ich sollte. Doch der Krümel im Kuchen kann sich den Kuchen nicht aussuchen. Ich stehe bereit, ich stehe bereit. Ein einfaches. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, guten Tag. Ich wollte mich nochmal routinemäßig melden. Ja. Wissen Sie, sicher ist sicher. Ja. Ja, man weiß ja heutzutage nie, ob man noch existiert und... Ja, aber bei Ihnen ist alles in Ordnung. Da kann man leider nichts... Ja. Ja, das ist gut bei Ihnen. Ja. Immer noch. Ja. Danke schön. Vielen Dank. Mr. Duncan. Ja, guten Tag, was kann ich denn tun? Ich krieg nur noch 23 Trinkfreiheiten die Woche. Das ist jetzt endgültig zu wenig, damit geht gar nichts mehr. Wir müssen da was machen. Oh, Sie waren ja gestern auch schon mal hier da. Da hatten Sie doch 24 Trinkfreiheiten und was musste ich Ihnen gestern schon sagen? Was muss ich Ihnen leider wieder sagen? Heute tut mir wirklich sehr leid, da kann man nichts machen. Aber Sie müssen da was machen, Sie können mir nicht immer eine wegnehmen. Ich komm gar nicht mehr klar, ich geh kaputt. Ja, aber, oh, jetzt sind Sie schon gar nicht mehr dran. Ich hab ja noch andere Kunden, ich hab ja hier noch andere Kunden auch. Hallo, ich will was von Ihnen. Ich muss ja auch hier arbeiten. Sie müssen was machen. Wenn Sie jetzt weiter ärgern, dann muss ich zur Not, muss ich dann die Sicherheit rufen, das wäre die zweite Taste von rechts. Tut mir wirklich Sinn. Oh, guten Tag, was kann ich denn für Sie tun? Ich brauche eine Karte. Ja, dann bekomme ich zuerst mal Ihre Karte. Ja, aber ich habe keine Karte. Ja, Sie müssen doch eine Karte haben. Ja, deswegen bin ich auch hier, weil ich eine Karte brauche. Dann können Sie mir die doch jetzt geben. Ja, aber ich habe doch keine Karte. Jeder hat hier eine Karte, man bekommt sie doch bei der Geburt. Naja, ich nicht. Sie haben keine Karte. Wie heißen Sie denn? Ich bin Joy. Joy, und ja, und weiter? Ich habe schon 15 Erfahrungen gemacht und meine Hobbys sind Kartoffelscheele. Nein, 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 ich brauche die Kennziffer. Kennziffer? Ja. Ich habe keine Kennziffer. Wie, Sie haben keine Kennziffer? Naja, ich bin das erste Mal in dieser Stadt und deswegen brauche ich auch unbedingt eine Karte. Da brauchen Sie jetzt dringend eine Karte. Ja, deswegen bin ich auch hier. Ja, dann könnten Sie mir die doch jetzt geben. Aber ich habe doch keine Karte. Jungenfrau, ganz ruhig, wir gehen das jetzt mal systematisch. Sie geben mir ja zuerst eine Karte. Aber ich... Sie geben mir die Karte und dann können Sie problemlos eine Karte beantragen. Ich habe keine Karte. Ja, dann geben Sie mir eine, die abgelaufen ist. Ich bin doch nie besessen. Ich bin nicht von hier. Dann brauche ich aber Ihre Daten. Was denn für Daten? Ja, am besten die aktuellen Quadrant, Sektor, Kennziffer. Ich habe keine Kennziffer oder sonst irgendwas. Keine Kennziffer? Nein. Aber vielleicht kann ich ja eine Kennziffer bei Ihnen beantragen. Ja, das müsste ich. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt zuerst mal Ihre Karte. Aber ich habe keine Karte. Jungenfrau, ich würde Ihnen auch wirklich gerne helfen, aber Sie müssen noch ein bisschen kooperieren. Na toll. Bekomme ich denn noch nie eine Karte oder nicht? Oh, ich habe schon Feierabend. Sie sind auch schon gar nicht mehr dran. Tut mir wirklich sehr leid. Super, vielen Dank für diese freundliche Auskunft. Nicht zu danken. Wiedersehen. Wiedersehen. Warum gibt sie mir nicht einfach Ihre Karte? Gehilfe! Ja, Meister. Ja, Meister. Ich will eine Rede halten. Ja, Meister. Reden Sie, Meister. Und doch nicht jetzt. Ich will eine Rede halten zur Geburtstagsfeier meiner Mutter. Ja, Meister. Also hör zu. Ja, Meister. Liebe Freundinnen und Freunde, wie findest du das? Ja, Meister. Wie du das findest? Das ist gut. Gut? Nein, das ist nicht gut. Liebe. Liebe ist nicht gut. Und verdammte, verdammte dieser Ehe, wie wär das? Ja, das ist schlecht, Meister. Ja, geht so. Untergegene, untergeordnete, Freiheitsfanatiker, wie wär das? Das ist gut, Meister. Ja, und warum bekomme ich dann keinen Applaus? Zum Geburtstag meiner Mutter, der verehrten Mutter des großen Destroy-Roy, hat der große Destroy-Roy ein paar große Überraschungen vorbereitet. Ich wurde ordentlich gewählt. Ja, wer die Qual hat, hat die Wahl. Von einem ordentlichen Volk. Ja, ja, das Volk. Es folgt In einer ordentlichen Stadt Mega City An einem ordentlichen Tag Es muss ein Sonntag gewesen sein Es kann nicht ordentlich regieren, gesetzt und ordentlich ziel in mir Ich kann die Schergen tanzen lassen, selber tanzen, wenn ich mag Ich bin Destroy-Roy Demokratie In der Allexistenz Wer ist Destroy-Roy Zuckerbrot und Peitsche Diese geile Macht Oh, yeah Hast du mitgeschrieben? Ja, Meister Lies vor Ich kann meine Schrift nicht lesen, Meister Was? Ich kann meine Schrift auch nicht lesen Gehilfe 531 Gehilfe 531 Ja, Meister? Geh und hol den Professor Mein lieber Herr Professor Ich brauche Ihre Hilfe Gehilfe, wo bleibt ein Ding für den Professor, muss ich ja alles selber machen Die Geburtstagsfeiern meiner Mutter stehen bevor Und ich habe da noch ein klitzekleines Problem Wie soll denn die Feier zu Ehren meiner Mama aussehen? Haben wir vielleicht etwas erfunden? Wir haben in den Apollo-Boss bereits jede Menge erfunden Nun, ich meine, so ein großes Feuerwerk mit viel Knallen und Explosionen Und vielen bunten Farben Nein, keine Farben Nur Knallen und Explosionen Und alles mehr als schwarz Ich bin nicht dazu da, um für Sie Partygags zu entwickeln Oh, mein lieber Herr Professor Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie nur dank meiner Hilfe die Position besitzen, auf der Sie gerade sitzen Hätte ich nicht das Trinkwasser von Megacity mit stimmungsaufhellenden Hormionen behandelt Hätten Sie diese letzte Wahl nicht gewonnen Die hätte ich so nur noch ohne Ihre Hilfe gewonnen Hätten Sie nicht Mit den üblichen Bestechungsgeldern und den herkömmlichen Wahlmanipulationen Außerdem lag die Wahlbeteiligung nur bei 5% Nun zugegeben, das Hormionenprogramm ist noch entwicklungsfähig Das glaube ich auch Die Leute haben offensichtlich etwas Besseres als Wahlen im Sinne, wenn es ihnen zu gut geht Verstehen Sie doch Wir brauchen größere Einflussmöglichkeiten Es reicht auf der Fall nicht nur die Stimmung aufzuhellen Und eben darum bitte ich Sie, mich jetzt nicht länger mit Ihren Lappalien zu beherrlichen Die Forschung ruft Ich empfehle mich Gehilfe! Meister! Eine Erfrischung! Jetzt siehst du denn gerne, Meister? Am besten direkt ins Gesicht Jetzt geht es mir besser Und ich habe eine Idee Ich werde auf dem Geburtstag meiner Mutter tanzen Wo ist der Ballettlehrer? Soll ich nach ihm sehen, Meister? Ja, soll ich vielleicht nach ihm sehen? Ja, soll ich nach ihm sehen! Schönen guten Abend! Ja, ich erkenne dieses wunderschöne Tuch Aber gerne doch, da bräuchte ich einfach Ihre Karte Ja, natürlich, bitteschön Danke sehr Die Freiheit nehme ich mir Hast du auch meine Sammelfrei-Freiheiten gespeichert? Aber sicher doch! Nein, das will ich verlassen! Vielen Dank! Nichts zu danken! Wiedersehen! Ja, Wiedersehen! Guten Tag, Frau Schnüttke! Schönen guten Tag, Herr Weber! Hier ist aber voll heute Ja, man kann nicht klagen Und bei Ihnen? Ein anstrengender Tag! Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was die Leute für Probleme mit ihren Karten haben Nein, Ihre Karte ist immer so schön sauber Da merkt man gleich, dass Sie auf der freundlichen Behörde arbeitet Die Freiheit nehme ich mir! Ich würde noch so eine Tüte dazu nehmen, Frau Schnüttke Moment! Die Freiheit nehme ich mir! Das ist doch eine schöne grüne Tüte wie gestern Dauert das noch lange? Herr Weber, sind Sie sicher, dass Sie noch Einkaufsfreiheiten haben? Es macht Spaß mit mir, Herr Kornschluck Ich putze noch mal Dauert das noch lange? Wir haben es gleich Herr Weber arbeitet auf der freundlichen Behörde Die Freiheit nehme ich mir! Und? Tut mir leid, Herr Weber Da bin ich jetzt wohl dran Kann man wohl leider nichts machen Das war ein Lerner Würde ich dann, wenn ich gleich mal nachhaken auf der freundlichen Behörde, wo ich ja auch arbeite Ja, muss Sie das Wiedersehen, Frau Schnüttke Wiedersehen Es ist echt unglaublich Diese Leute lassen doch wirklich nichts mehr unversucht heutzutage Man sollte es nicht glauben Von jemandem, der auf der freundlichen Behörde arbeitete Selbstlust Selbstlust Das da, wüsste ich wohl auch noch abziehen Wo hatte ich nur meinen Kopf? Die Freiheit nehme ich mir! Dankeschön Bitte sehr Einen schönen Vormittag Desgleichen Und nun die erste Position Ihr Schnellhofer Sehr gut Sie stehen ja beharrt Wir entspannen uns Können Sie eventuell Während der Ballettstunden Ihrer Schusswaffe beiseite legen? Auf gar keinen Fall Aber glauben Sie mir Alle großen Ballettänzer Wir tanzen ohne Schusswaffe Nun, der größte aller Balletttänzer Wird mit Schusswaffe tanzen Nun gut, wie Sie meinen Wir befinden uns also in der ersten Position Jetzt stellen wir uns vor Wir wären ein kleiner Prinz Und ziehen den Bauch ein Und gehen langsam in die Knie Und jetzt rückwischen Rund Rauf Rund Rauf Und nun gehen linke Arm zur Seite Und Sie meinen, das wird meiner Mutter gefallen? Dankeschön Jetzt stellen wir uns beide vor Wir befinden uns in einem wundervollen Saal In einem wundervollen Saal Voll wundervoller Spiegel Wir prachten uns beide in einem Spiegel Ich hasse Spiegel, der Saal ist schwarz Wir befinden uns also in einem schwarzen Saal In einem wundervollen schwarzen Saal Voll wundervoller schwarzer Spiegel Und bewegen uns beide im Rund Keine Spiegel Auch nicht in schwarzen Nein Nun gut, wie Sie meinen Also ein schwarzer Saal Ein wundervoller schwarzer Saal Gänzlich ohne Spiegel Nur schwarz, schwarz, schwarz Und bewegen uns beide im Rhythmus der Musik Musik, holt her! Ich wünsche, ich wünsche mir Wirkliche bei der Stunden Das Schießen an der Schuss Lass mich so unterlassen Wann ich schieße, bestimme ich Nun, wie laufen die Geschäfte? Gut, ich... Gut Die Unterlagen der Instanz Seien etwas anderes Ihre Abrechnung Vom letzten Quartal War nicht nur fehlerhaft Die Effizienz der Produktion Lässt auch zu wünschen übrig Das tut mir leid Mir nicht Sie Sind schließlich ersetzbar Und wie Sie Ihre Wirtschaft gestalten Ist uns letztlich egal Aber ich möchte Sie daran erinnern Dass sich Ihre Schulden Nicht dadurch verringern Dass Sie Ballettstunden nehmen Wollen Sie vielleicht etwas trinken? Geh Hilfe! Wie oft war ich schon hier? Sie sind mir stets Ein gern gesehener Gast Und habe ich jemals Etwas bei Ihnen zu mir genommen? Ich pflege nicht zu trinken Werte Arbeit Weg damit! Ich möchte Ihnen aber Ganz unter uns Anraten Sich etwas mehr Um Exportgüter zu kümmern Exportgüter, gewiss Um es nochmal klar zu formulieren Uns interessiert das Ob Das Wie bleibt Ihnen überlassen Und das Ob sagt Die Instanz ist unzufrieden Haben Sie verstanden? Ich empfehle mich Gehilfe! Ja, Meister Ich will nicht, dass diese Person Noch einmal unangemeldet hier reinkommt Jetzt geh und hol den Professor Aber schnell! Ja, Meister Gehilfe! Ja, Meister Ja, Meister Gehilfe! Guten Tag, Herr Weber! Guten Tag, Frau Patzke! Ist was nicht in Ordnung? Na ja, die Tür, ich weiß auch nicht. Heute ist ein merkwürdiger Tag. Aber Sie sind doch der Herr Weber, oder? Frau Patzke, wir kennen uns doch wohl. Na ja, aber warum bekommt Sie denn da die Tür? Ja, hallo, was ist denn hier los? Dann will jemand mal den Herrn Weber in seine Wohnung bringen. Nein, ich bin da, Herr Weber. Das kann ja ein Gäger sagen. Gibt es Probleme? Ja, ich bekomme die Tür nicht auf. Ach, versuchen Sie es doch mal mit Ihrer Karte. Frau Patzke, machen Sie mir bitte schnell die Tür auf. Wir lassen doch hier nicht irgendwelche wildfremden Leute in unser Haus hinein. Ich habe, in einem Moment dachte ich, Sie wären der Herr Weber. Ja, der kommt ja auch sonst immer um diese Zeit, der Herr Weber. Ich bin doch auch Herr Weber. Das ist ja mit Webers Arbeitsmaterial, Webers Kartenweber. Was macht denn dieser Mensch mit Webers Arbeitsmaterial? Herbert, Herbert, komm doch mal. Hier hat jemand dem Weber sein Arbeitsmaterial gestohlen. Das heißt, die Freiheit das sagt, das heißt die ganze Stadt. Alles super, alles klar, jeder ist immer für den anderen da. Jeder weiß, gibt's in jeder Teil, was der andere macht. Aber es gibt die Sicherheit, wenn ein Auge aufgenommen hat. Und wenn dieses Spiel nicht mitmacht, der wird hart gestrahlt. Dann muss auch eine gute Nachbarschaft. Dann muss auch eine gute Nachbarschaft. Dann muss auch eine gute Nachbarschaft. Ich wollte sowieso noch was besorgen gehen. Alles super, alles klar, jeder ist immer für den anderen da. Jeder eins, gibt's in jeder Teil, was der andere macht. Und es gibt die Sicherheit, wenn ein Auge aufgenommen hat. Und wenn dieses Spiel nicht mitmacht, der wird hart gestrahlt. Herr Prost, auf eine gute Nachbarschaft. Sagt mal, was war eigentlich mit dem Herrn Weber los? Wo bleibst du? Wo bleibt der Professor? Meine Fritur stimmt doch nicht. In dem Regal. Aber jetzt ist alles gut, komm hier raus. Ohne, dass ich ihn nicht angucken muss. Ich darf hoffen, dass Sie mich nicht wieder wegen einer Ihrer Lappalien beherrlichen. Ganz im Gegenteil. Ich darf Sie daran erinnern, dass ich es bin, der Ihnen sämtliche Freiheiten gewährt, Ihnen die Labors zur Verfügung stellt und Ihnen diese lästigen Ethikkommissionen vom Hals hält. Und alles im Dienste der Wissenschaft. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber das ist fein. Und nun, soeben, war eine Person von der Instanz da, die mich an meine Schulden erinnerte. Mein Stuhl wackelt wohl ein wenig. Und damit auch der Ihre. Aber sie sprach von Exportgütern, die das Problem lösen könnten. Haben wir da etwas? Nun, das Sormion-Programm befindet sich nicht in einem exportfähigen Zustand. Aber ich arbeite an einem anderen Projekt mit psychoaktiven Substanzen. Meine Mutter. Man hat das. Also man... Psychoaktiv. Aber hier passen du nicht rum. Was ist hier los? Mutti. Was denn? Ich habe gerade eine wichtige Besprechung. Was? Wer ist der Kerner? Mutti, das ist doch der Professor. Ich habe mich ja Professor. Mutti, du kennst doch den Professor. Ich kenne doch noch keinen Professor. Noch nie gesehen. Und ich habe dir schon tausendmal gesagt. Wenn du mir irgendwelche Leute ins Haus schläfst, dann stehe sie mir vor dem Ohr. Was denn eben? Du hast ja was. Ich habe dir tausendmal gesagt. Wasch dir mal die Ohren und putsch dir mal die Nase. Schau dich auf den Nägel und lämle deine Blase. Und der Kerl neben dir. Du weißt selbst, wie die sich gut. Heu! Oh Mann, du. Oh Mann, du. Als ich da ein junges Ding war, wenn das so richtig arg ging, du. Oh Scheiße. Das ist ja was. Ja, das ist ja was. Ah! 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 Du bist doch genau so eine Null. Du musst uns doch fast Sarah für dein Vater werden. Mutti! Was denn? Könntest du uns jetzt bitte allein lassen? Ja, ja. Ich hole dir was du möchtest. Aber ich muss nichts hören. Hey! Ah! 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 Ja. Sie sprachen von psychoaktiven Substanzen. Ja, ja. Wie gesagt, also das Homion-Programm. Man hat mir einen für uns hochinteressanten Gegenstand übermittelt! Wenn sie mal sehen möchten. Was ist das? Nun, es handelt sich hierbei um einen biologisch nachwachsenden Rohstoff. ein Nachtschattengewächs. Es kommt leider auf unserem Territorium nicht mehr vor. Und wozu ist es gut? Nun, tja, bei oraler Einnahme verschafft es dem menschlichen Organismus qua Neurorezeption das als befriedigend empfundene Gefühl von zutiefst... Sagen wir einfach, es macht satt. Satt? Ja, richtig satt. Mein lieber Herr Professor, ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Beschaffen Sie mir mehr davon. Selbstverständlich. Ich werde unser Exemplar in ein entsprechendes Substratbetten innerhalb weniger Jahre haben. Jahre? So lange kann ich nicht warten. Nun, aber es ist aber noch nicht möglich, den Wachstumsprozess entsprechend zu beschleunigen. Aber dank der von mir entwickelten Neutrionenanalyse konnte ich feststellen, dass dieses Exemplar von einem in Vergessenheit geratenen Landstrich stammt. Und wo ein Exemplar vorkommt, gibt es für gewöhnlich auch noch mehrere. Vielleicht könnte man das vergehen. Ja, Professor, Sie sind genial. Und wie komme ich jetzt an diese Dinger? Versuchen Sie es doch mit einem Ihrer herkömmlichen Militärschläge. Die dortige Bevölkerung hat vor etwa 200 Jahren eine Art von Subsistenzwirtschaft herausgebildet und deshalb sämtliche Außenkontakte, sowohl wirtschaftlicher als auch diplomatischer Art, abgebrochen. Deshalb geriet dieser Landstriche auch in Vergessenheit und deshalb dürfte es auch von Seiten der Instanz keinerlei Einwände gegen einen Ihrer Militärschläge geben. Aber wenn Sie mir noch etwas Zeit geben und meinen Forschungsetat noch ein bisschen aufstocken könnten, dann wüsste ich eine billigere und ich darf sagen, weitaus effektivere Lösung für unser kleines Problem. Mein lieber Herr Professor, ich vertraue ganz Ihrem Urteil. Und ich verspreche mir ein wissenschaftlich hochinteressantes Projekt und menschlich stehe ich natürlich wie immer ganz auf Ihrer Seite. Gehilfe! Ich will ein wenig ruhen! Hallo, hat mal jemand eine Freiheit für mich? Entschuldigung, hast du mal eine Freiheit für mich? Entschuldigung, hast du mal eine Freiheit für mich? Von mir bekommst du durchdurchsend eine Arbeitsfreiheit. Hallo, oder hat mal jemand eine Freiheit? Entschuldigung, hast du mal eine Freiheit für mich? Ach, na klar! Hier, wir trinken mal eine Freiheit. Lass es dir schmecken! Da kommt ja gar nichts runter! Ja, war ja auch nur ein Spaß! Hallo! Und du kommst jetzt! Komm jetzt, komm jetzt! Komm, jetzt kommt, Söcki, Fuß! Komm! Herr Komm! Ich heiße die Peter! Und du kommst jetzt, du kommst, Fuß! Komm! Fluss! Geh her! 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 Ruhe, Kartoffel! Und den Fusschen! Und den Fusschen! Was soll ich denn damit? Ich brauche Freiheiten! Hallo! Sag mal, das, was du da machst, naja, Schnorren halt, das könnte ich doch auch machen, oder? Du bist nicht von hier, ha? Du kannst dich einfach so hierherkommen, dich hier hinsetzen! Das ist eine Freiheitsbeschaffungsmaßnahme, die kriegt nicht jeder! Und zuerstes mal eine Lizenz, wir haben, zweitens ist die dann auch noch befristet, ne? Wenn man alle drei Monate auf die freundliche Behörde für die Verlängerung, Antrag in vier... Hallo, hallo! Freiheit für mich! Willst du mal wissen, was ich hier noch drauf hab? Ja. Nur noch draufhater Tapetenfreiheit! Und dann hältst du natürlich nicht einfach die Hand auf, sondern die Leute ziehen dir die Freiheiten auf deine Karte drauf. Ach so. Na ja, dann kann ich das sowieso nicht machen. Ich hab nämlich gar keine Karte. Du hast keine Karte? Nein. Kleiner, du lebst ganz schön gefährlich. Diese Karte, das bist du. Das ist deine Identität. Ohne diese Karte bist du illegal. Illegal? Viel aufregend! Sei mir nicht böse, aber ich hab nur noch eine halbe Stunde zu arbeiten, und du musst gucken, dass ich noch ein paar Freiheiten zusammenkrieg. Ne? Hallo? Ist Freiheit für mich? Willst du nicht? Hallo? Hast du vielleicht mal? Entschuldigung, hast du vielleicht mal? Ist Freiheit für mich? Ne! Ohne Antwort, oder? Entschuldigung, hast du vielleicht gemacht? Nein, da kann man leider nichts machen. Doch, doch, warte mal. Natürlich, doch. Zieh dir mal eine Essfreiheit runter, oder was du so brauchen kannst. Da sind ja gar keine Essfreiheiten jetzt. Tut mir sehr leid, irgendwas stimmt heute mit meiner Karte nicht. Ha! Dann hast du bestimmt auch bald eine Freiheitsbeschaffungsmaßnahme. Nein, nein, sowas wie unter meinem Niveau. Ey, du denk an. Unter dem Niveau der Gosse gibt es immer noch die Kanalisation. Hat heute jemand mehr Freiheit für mich? Nein, 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 nein. Hey, ey, nein, 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 nein. Meist du, der Professor … Sie können gehen! Zrei, ich bin doch noch zu etwas gestoßen. Das war, vorhin in dieser Form noch gar nicht abzusehen. Ich bin selber ganz beeindruckend, fasziniert von diesen neuen Möglichkeiten. Erkrenz wir das genau? Ja, sehr gerne. Also, Hormione, Gefügigkeit, Zehrung, die Atemluft, Hyperzerstoiber, Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Und weiter? Nichts weiter. Ist das alles? Reicht das nicht? Nun, Sie wissen, ich werde nie ein Wissenschaftler, aber dafür werden Sie nie ein Destroy-Roy. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Verstecken Sie das. Was ist hier los? Sie müssen das Tütü verstecken, der Tantik. Was ist hier los? Ach, Mutti. Was denn? Wir haben zu tun. Was für ein Huhn? Oh, komm mal her. Pump mich an. Pump mich an. Dein Ohr. Oh. Mutti. Hilf gut. Was? Wo ist Blut? Oh. Ich hatte schon tausendmal gesagt. Hör auf damit. Du darfst mich nicht immer noch veräffeln. Du darfst mich noch geliehen im Flamaster. Und dann, hä? Dann wird sie nicht drüber lachen. Dann ich. Dann makersant. 收st mich an. Dann están die Maschin. Dann. 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 Ah! Vielen Dank. Schön stehen bleiben, du hast mich nicht gesehen. Ganz ruhig, du hast mich nicht. Sag mal, wie siehst du denn aus? Ganz lustig, nein. Zeig mal deinen Arm. Ich hab super Schiss. Mach mal deinen Ärmel hoch. Höher. Ja, sag doch gleich, dass du eine von uns bist, Mann. Wie, von euch? Hä? Na, wer seid ihr denn? Na, Kanalisation! Untergrund! Und ich bin Dizzy! Du hast deine Karte und du glaubst zu sein, weil dein Herz noch schlägt, wie es da immer schon tat. Deine Freiheiten sind zu strukturiert, du bist registriert am Extinction. Eine Freiheiten für die Wohnung und eine Freiheiten. Deine Freiheiten wünschen, eine Freiheiten für die Tier. Oh, die Freiheiten! Ich hab die Gefälle, anderen meinen, dass sie sie brauchen. Oh, die Freiheiten! Sieht, 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 sieht in der Pfeife. Die Menschen sind die Rädchen im Betriebssystem. Drehen ohne Denken ist extrem bequem. Ein System ist ein System, ist ein System, ist ein System. Ist der Wähler und ist wichtig, alles passt mit an. Eine Freiheiten für die Wohnung, eine Freiheiten für die Schleine, eine Freiheiten für die Tier. Oh, die Freiheiten! Ich hab die nicht mehr alle, anderen meinen, dass sie sie brauchen. Oh, die Freiheiten! Ich, Dizzy, Dizzy, sieht, sieht, sieht in der Pfeife. Das Leben ist nicht einfach in der Illegalität. Doch die Putter kommt aufs Brot mit Eversivität. Eversivität, eine Leitung und ich finde eine Lücke. Und die Lücke ist am Leben, doch nicht ständig zu machen. Eine Freiheiten für die Wohnung, eine Freiheiten für die Lücke. Eine Freiheiten für den Brötchen, eine Freiheiten für die Lücke. Oh, die Freiheiten! Ich hab die nicht mehr alle, anderen meinen, dass sie sie brauchen. Oh, die Freiheiten! Ich, Dizzy, Dizzy, sieht, sieht in der Pfeife. Ich, Dizzy, sieht, sieht in der Pfeife. Ich hab' da aus dem Untergrund, da komm' ich auch nicht her. Ganz spannend, dass du erzählst. Vielleicht kannst du mir noch mehr dazu was sagen. Na klar, du kannst mitkommen. Hier ist das viel zu gefährlich. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Musik 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 Was ist denn du für eine Fresse? Was ist los? Na, die haben mir doch wieder meine Trinkfreiheiten gekürzt. Und heute auf der Behörde, weißt du was der Typ da sagt? Tut mir leid, kann man leider nichts machen. Was für ein Arschpacken kommt jetzt nicht. Spendier dir ein Prä-Kotz. Oh, ich bin gekommen. Schreie Prä-Kotz bitte. Na, bitch. Na, liebe Leute. Hey. Du bist ja gar nicht gut, aber keinen guten Tag. Ja, tu dich doch eher draus. Ich hatte aber wirklich keinen guten Tag heute. Wirklich keinen guten Tag heute. Wirklich keinen guten Tag. Das ist mein Gast. Was du für Gänste hast. Du weißt, was der macht. Der macht Leute fertig Tag für Tag diese Arschbacke. Ich weiß, was er macht. Und es tut mir auch sehr leid, wegen heutiges Vormittag. Aber da kann man ja leider nichts machen. Arschbacke. Nein. Caroline, ich hätte gerne einen doppelten Prä-Kotz. Aber check bitte meine Karte. Ich bin ein bisschen dauernd. Aber Lieberlein, du hast hier überhaupt keine Trinkfreiheiten mehr. Ich hab überhaupt keine Trinkfreiheiten mehr. Was hab ich mir schon gesagt? Weil der Teufel was passiert ist. Ich bin heute von der Arbeit zum Einkaufen. Da hab ich keine Einkaufs-Freiheiten mehr. Das tut uns aber leid. Nein. Und dann, und dann wollte ich in meine Wohnung rein. Und dann haben die Nachbarn rausgeguckt und es hat alles geklappt. Da kann man leider nichts machen. Ach so, nein. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Caroline, ich hätt gern noch einen Träger. Katzenfutter. Und dann mein Kumpel auch noch ein. Caroline, und nicht mal auf der Straße, weil du Schnorrer hast die Karte. Das tut uns aber leid. Keine Trauer, Alter. Plättchen. Na. Der Kerl. Der hat echt ein Problem. Blöd, wenn der Tag zu Ende geht. Und du weißt nicht wo du schlägst. Und du weißt nicht, wenn auch zu dir steht. Blöd, wenn du das Verlangen spürst, dass du etwas trinken willst. Doch diese Freiheit, die gibt's nicht mehr. Blöd, verschlossene Türen, vernagelte Köpfe. Ich bin mir auch schon. Ich bin mir auch schon. Selber eine. Blöden, verschlossene Türen, da kann man auch noch auflaufen. Blöd, da kann man leider nichts machen. Es schon was gewohnt Es schon was gewohnt Es schon was gewohnt Es schon was gewohnt Blöd, wenn du langsam älter wirst Jedem Tag ein bisschen schwitzt Und jeden Tag ein bisschen mehr Scheiße frisst Blöd, wenn du dich andauernd wirst Nicht mehr in den Spiegel kommst Weil du es hast nur noch Trostlosigkeit Seh als Würde Blöd, wenn du nix Du haust jetzt ab Doch die Frage ist viel zu knapp Und das Ganze, die ist sowieso Nicht klar Blöd, zerschlossene Träume laufen immer nur auf der Grund Blöd, da kann man leider weg zu achten Blöd, du weißt ja nicht Blöd, du weißt ja auch nicht Blöd, du weißt ja nicht Blöd, du weißt ja nur noch nicht Read what you saw, the show must go. Thank you. 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 Ich muss weiter, der Erlöser, der Erlöser ist in Gefahr. Ich muss den Erlöser retten, muss weiter die Welt retten. Ich muss meine Mission weiter, Mission der Erlöser. Mann, das ist ja was merkend. Zieh mal was an, du kommst doch in den Hut hier. Und außerdem, da vorne noch mehr, da geht's zur Kleiderkammer. Also, die Leute gehen zu. Ja, ja danke, zur Kleiderkammer, die Welt retten. Wann, wenn nicht jetzt, zur Kleiderkammer. Wann, wenn nicht, ich, zur Kleiderkammer. Wie wenn nicht ohne Kleider die Welt... Der Fall wäre erledigt! Rasa la vista, Baby! Moment, hatte der nicht irgendwas gestohlen? Ja, ein Tü-Tü. Da ist es! Hälte! Hälte! Sag mal, hättest du mich wohl eigentlich wirklich erschossen, wenn ich was Falsches gemacht hätte? Ha, Quatsch, alles Glück. Das hier ist eine Antiquität. Dafür gibt's seit über 100 Jahren keine Munition mehr. Das hier ist eine Antiquität. Er ist Donut! 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 Sag mal, wieso waren die denn hinter dir her? Weiß ich doch nicht! Das ist doch der Typ von der Behörde! Fantastisch! Na toll! Zuerst funktioniert meine Karte nicht mehr. Dann kommt mir so'n verrückter Nackter und bringt mir Ballettaccessoires in die Finger hin. Dann knallt mich die Sicherheit fast ab. Und jetzt guck ich schon wieder an so'n kollateralen Schadenanrichter. Kann's uns schließen! Zeug mal her, Jörg! Oh, Mann! Ist doch schick, oder? Aber was ist das denn hier? Ne Landkarte! Oh, guck mal! Da komm ich her! Das ist noch mehr als ne Landkarte! Wir haben ihn erwischt! Er ist uns nicht entkommen! Er hat noch gesungen, aber es hat ihm nichts genützt! Sehr gut! Wo ist der? Ich werde ihn persönlich bestraßen! Er liegt nur auf der Straße! Jawohl! Auf der Straße! Was? Wir haben ihn erschossen! Auf der Flucht! Ja, aber das wollte ich doch machen! Wir können Sie inführen! Wenn Sie ihn nochmal erschießen wollen! Großer Destroy Roy! Das bringt keinen Spaß! Egal! Wo ist das Tütü? Da war kein Tütü! Da war kein Tütü! Wollen wir fragen, ihr habt einen Tütü-Räuber erschossen, der gar kein Tütü dabei hatte? Ihr Flaschen! Er hat es noch einem Komplizen-Schuh gesteckt und der ist geflohen! Mit dem Tütü! Jawohl! Das Tütü lebt! Es ist auf der Flucht! Dann beschafft es wieder, ihr Flaschen! Warum seid ihr noch hier? Jawohl! Wieder beschaffen! Warum sind wir noch hier? Wir Flaschen! Also wenn ich das hier richtig verstehe, dann haben deine Leute bald ein richtiges Problem! Scheiße! Und was machen wir jetzt? Ja, irgendetwas Schlaues sollten wir uns schon einfallen lassen! Aber auch ohne mich! Ich habe schon genug Ärger! Ach nee! Wie bist du überhaupt an das Ding herangekommen? Ja, das könnt ihr ruhig verhalten! Ich möchte am liebsten meine Arbeitsmaterialien nehmen, dass ich morgen wieder schön in die freundliche Behörde in mein Büro gehen kann! Wenn du eine Totalsperrung auf deiner Karte hast, dann kannst du das total vergessen mit deiner Behörde! Hast du schon mal was von Illegalität gehört? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Können doch mit uns! Wir sind nämlich auch Illegale! Zeig mal deine Karte! Was? Deine Karte! Ach so! No! Okay, die ist wirklich hin! Du kannst erstmal mitkommen! Ich bring dich in mein Versteck! Ich hab da einen Plan! Ja! Wuhu! 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 Ach, Hände! Ja! Oh, nee! Wuhu! Okay, hier kannst du bleiben! Wir ziehen dann mal los! Wuhu! 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 Elue Dala! Nessandrox-Inhar! Hedala! Sind wir Seigah? Seigah! Seigah, back up! Seigah! Hör! Hör, hör, hör! Das war's. Ja? Guten Tag, wir sind die Monteure. Sie hatten uns gerufen. Was, wir? Die Monteure! Moment mal, Moment mal! Die Animateure! Wer holt mal eins von der Zehn, aber kommt das mal rollen! Halt! Aber sagt ihm nicht, dass er mich getroffen hat. Ich will mich bestimmt überraschen und ich will ihm doch den Spaß nicht verderben. Ah, toll! Jetzt kann ich auf das Tütü aufpassen. Dizzy's Versteck. Sieht sowieso ja aus wie ein Proberaum hier. Wie komisch ist solch, was hier überall rumsteht. Lass uns in halle Puppen! Macht auf der Bühne nichts! Machen wir den Bistisch und Weltwackel und Hadebrüche! Und seit ich das neue Whoppy-Dop habe, geht es mir einfach fantastisch! Dieses neue Whoppy-Dop und meine Lebensqualität erheblich verbessern! Es ist vielseitig und preiswert! Man kann es sich unter die Arme stecken, man kann es den Nahrungsmitteln beigeben, man kann es mit der Haut nehmen, man kann es den Katzen zu tragen, und dieser Kanal ist vorübergehend nicht billig. Dieser Kanal ist vorübergehend nicht billig. Dieser Kanal ist vorübergehend nicht billig. Ich bin für mich. I will be looking for free. So long, I will be looking for free. Lass mich. Oh, Marius, ich blöde an mir nicht. Ich muss das... Und wenn Sie ein Reisefreiheiten gewinnen wollen, beantworten Sie bitte folgende einfache Frage. Wie heißt... Die Mutter des Großen, die ist Troy North. Das ist schwierig. Da bräuchte ich jetzt, glaube ich, ein Publikums-Stoker. Der Publikums-Stoker auf drei. Wie heißt die Mutter des Großen, die ist Troy Roy. Eins, zwei, drei... Roy! Roy mag ich! Und Troy, wir müssen das Spiel auf Smirnoff. Tut es in diesem Moment. Und Smirnoff nimmt an mit der Brust. Und wenn er jetzt durchstarren würde, und Smirnoff setzt an, zieht über die Mittelline, und tatsächlich, tatsächlich, er dringt in die Strafräume ein. Und in diesem Moment, das ist ein Faun! Das ist ein Faun! Und nun die Nachricht. Berlin. Heute geht in Kreuzberg eine Ära zu Ende. Zur Stunde tobt in der ausverkauften Kabu-Wazi-Arena bis auf weiteres letzte Aufführung des Erfolgskleinkunst-Punk-Musicals Freiheit satt. Insider hatten im Vorfeld spekuliert, dass die Tourneeabschluss durch zahlreiche sogenannte Derenierengags gerockt werden würde. Der Sprecher der anazistischen organisierten Revolte Sprengen sagte heute Nachmittag im Interview, Ich hasse mein Gehirn! Lalalala! 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 Auf dem Palast des großen Destroy-Roy wurde heute von Unbekannten ein äußerst wertvolles Tü-Tü entwendet. Auf Wiedererkreifung des Tü-Tüs und auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Wiederbeschaffung der Täter führen, hat der große Destroy-Roy eine Belohnung von 1000 Generalfreiheiten ausgesetzt. Hinweise nimmt jede Sicherheitsdienststelle entgegen. Psch! Ach was, scheiße! Haus, hau für so Generalfreiheiten, für so ein kleines Stück Stoff! Mensch, Weber! Ja, was? Ach so! Das ist deine Chance! Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Wissenschaft. Was tut sie in meinem Labor? Guten Tag. Ein Hinterhalt. Die Hände hoch. Umdrehen. Mein Experiment ist in Gefahr. Wir sind alle in Gefahr. In 40 Sekunden fliegt alles in die Luft. Helfen Sie mir, das Experiment zu stoppen. Ich glaube ihm nicht. Dann helfen Sie mir bitte. Wir können das Risiko wirklich nicht eingehen. Halten Sie das. Und halten Sie das. Und ich drücke kurz auf diesen Knopf. Der gute alte Elektroschutz. Und nun die Nacht. Können Sie mir das vielleicht weiterhelfen? Wie aus Sicherheitskreisen mitgeteilt wurde, sind im Sektor 4 in den Akronabors zwei Mitglieder einer terroristischen Vereinigung bei dem Versuch gestellt worden, wichtige wissenschaftliche Experimente zu sabotieren. Aufgrund dieses Angriffs auf unseren Sektor wurde der Krisenstab eingerufen. In einer anschließenden Ansprache sagte der große Destroyer Roy, feindliche Truppen sind in unser friedliches Mega-City eingedrungen und wollten unsere friedliche Forschung sabotieren. Wir wollen keinen Krieg. Wenn man uns aber einen Krieg aufzwängt, werden wir unsere Freiheiten zu verteidigen wissen. Die beiden Täter sind in sicherem Gewahrsam und geständig. Hier sehen Sie ein Bild. Oh Mensch, ich hab doch gleich gesagt, bleibt lieber zu Hause und mischt euch da nicht ein. Mist, was mach ich denn jetzt bloß? Weber, du kennst die beiden? Ja, es sind Freunde von mir. Weber, du hast Terroristen als Freunde? Naja, Freunde ist vielleicht übertrieben. Es sind eher flüchtige Bekannte. Flüchtige Bekannte? Naja, außerdem sind das keine Terroristen. Also Kriminelle vielleicht, aber auch eher Kleinkriminelle. Eigentlich sind sie eher Miniatur-Kriminelle. Weber, das sind Terroristen. Aber die haben ja auch schon mal geholfen. Die wollten doch bloß Schlimmeres verhindern. Weber, die beiden sind mit Gewalt in die Apollo-Boards eingetrunken. Und wer Gewalt anwendet, ist ein Terrorist. Naja, Gewalt. Ha-ha-ha-ha. Nein, Jonas, wieso rede ich hier überhaupt mit einem Nachrichtensprecher? Ich hab schon total an einer Waffel. Oh, Herr Lord. Ja. Du hast nur, was du denkst. Oh. Das sind doch nur Leute, die für die Rechte von denen kämpfen, wie ich, glaube ich. Oh, Herr Lord. Ist das noch der alte Weber? Was noch der Weber, den ich kenne? Ja. Da glaube ich noch der Alte. Und ich werd mir jetzt auch meine tausend Generalfreiheiten holen. Wirst du schon sehen. Werdet ihr alle noch sehen. Ja. Alles auf dem richtigen Weg. Gut. Wer stört mich? Die Sicherheit, Meister. Was gibt's? Hier ist ein Subjekt. Genau, ein Subjekt. Das wegen der Belohnung da ist. Was wollen Sie? Ich möchte mir gerne bei Ihnen die tausend Generalfreiheiten abholen. Wollen Sie sagen, Sie haben das Tütü? Wo ist es? In meinem Koffer. Zeigen Sie es mir. Ja. An. Nun, ich warte. Das Tütü ist wieder da. Sie sind ein Schatz. Gehilfe, ein Titanic on the rocks für den netten Herrn. Ja, Meister, wenn Sie mich bitte zuvor loslassen würden. Ach, aber natürlich, so hatte ich nur meine Augen. Sicherheit. Es gibt nur ein Gesäufe. Es gibt nur ein Gesäufe. Ihr könnt abtreten. Der ist mein Freund. Jawohl, abtreten. Ich wollte mir eigentlich nur die Generalfreiheiten bei Ihnen abholen. Ach, aber natürlich, gehilfe, gib diesem netten Herrn augenblicklich tausend Generalfreiheiten auf seine Karte. Ich habe eine Karte, bitte. Aber Meister, da ist ja gar nichts mehr drauf. Doch gib ihm nochmal tausend. Was soll das schlechte Leben nützen? Und der Plan ist auch noch da. Sie sind der beste Diener meiner Stadt. Ach, was rede ich. Sie sind mein Freund. Sie sind mein allerbester Freund. Ja, meine ihr Freund. Ach, aber natürlich. Ich sagte doch bereits, sie sind mein allerbester Freund. Ich will ja vielleicht nur so ein kleines Licht auf der Behörde. Aber ich habe ja wohl auch meinen Stolz. Ich habe den Plan gesehen. Ich werde niemals Ihr Freund sein. Sie haben den Plan gesehen? Nun? Ja. Das ändert einiges. Der ist nämlich gehalten. Zumindest bis jetzt. Und da sie auf meine Freundschaft eh keinen Wert legen, Sicherheit! Großartes Rollen, Roy! Fühlt diesen Herrn ab! Dann würde ich lieber auf der Flucht erschießen! Nein, bringt ihn für den anderen. So etwas ist er vielleicht doch noch nützer. Jawohl! Nein, Leute! Freundlichkeitsseo. Und meine Neuentwicklung. Der Freezer, beziehungsweise Entfreezer. Erstmal nur den Oberkörper. Träckheim-Serum. Hören Sie was? Sehen Sie mich? Angst, siehe. Aggression, siehe. Gefügigkeitssing. Ich hab doch kein Serum. Ein Spannungscerum. So, lächeln, die Hand, in meine Hand, und nun ein Tänzchen, zwei, drei, vier, ein Tänzchen! Die Hand, lächeln, nun das Tänzchen, zwei, drei, vier, ein Tänzchen, zwei, drei, Revolution! Aber nun, kuülste uns! Professor! Stubb! Stell reins冷! Geig, ja. Geh, gehe! Ja, dann machen Sie das ab. Sie können gehen, Sie können gehen, Sie können gehen, so, also ganz ruhig, wir beide. Sie kennen sich. Ich, äh, nein. Hä? Kennt ihr beiden euch? M-mein Herr? Ich möchte wissen, ob ihr euch kennt. Wahrheitsserum. Und nun, sag mir die Wahrheit. Miststück! Man sollte nicht! Manche Leute können einfach nicht mit der Wahrheit umgehen. Was machen Sie? Oh, Caroline! Gutes Zukunft! Hier ist... Caroline. Wie schön, dass du da bist. Darf ich dir vielleicht etwas... Wissen Sie? Du darfst mir eine Erklärung anbieten. Eine Erklärung? Da frag ich mich doch... Wofür? Was machst du hier? Was machst du mit Weberlein? Ich arbeite! Ich arbeite! Wissenschaftliche Experimente! Dass du Arbeit ist, wenn ich dich auf deiner Arbeitsstelle besuche, habe ich mir schon glatt gedacht. Warum stürzt du mich überhaupt? Ich hatte Sehnsucht nach dir. Wissen Sie? Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was du mit Weberlein machst. Und mein Schätzchen hast du ja auch in der Mangel. Weberlein? 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 Was das soll die ganze Zeit hier sein? Weberlein? Möchtest du das hier einfach süchtig werden, oder was? Weberlein? Was du hier machst? Oder versetzt ihn in einen Zustand, der ihn dazu befähigt? Ich weiß nicht, was von beiden dir lieber ist. Caroline, bei allem Respekt. Du glaubst, du kannst in mein Labor eindringen, um mir zu sagen, was ich... Na gut. Wobei ich dich liebe. Aber nur den Oberkörper. Caroline, ich möchte sofort mit meinen Anwalt sprechen. Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie? Der Professor macht hier unmenschliche Versuche. Ich glaube, das genügt. Ich glaube, das genügt uns noch lange. Okay. Okay. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein guter Mensch ist, und du solltest... Ich glaube, Caroline, etwas Gefühligkeitssehung mit unserem Verhältnis ersparen. Alles lag mir zu fließen. Alles lag mir zu fließen. Alles lag mir zu fließen. In längst vergangenen Zeit. In längst vergangenen Zeit. Ja, so ist das im Leben. Mal stehst du im Licht. Und dann mache ich... Und das Glück zerbrechen. Ja, der Schmerz des Lächels... Und dann mache ich... Und das Glück zerbrechen. Ja, der Schmerz des Lächels... Ja, der Schmerz des Lächels... Und dann mache ich mich nicht Schminke von Kind. Ich wünsch die Stadt, sie lädt in Flammen... Entrennen du euch ohne. Den Freezer, bitte. Ja, der Freezer. Ja, der Schmerz des Lächels... Und nun möchte ich gerne wissen, was ihr eigentlich vorsieht. Das war so. Ich kam hier mit in Ruhe aus. Was? Wir gehen. Du nicht. Küsschen. Küsschen. Und nun zerstör dein Labor. Mein Lebenswerk? Na gut. Grüß dich im senvenen Karlo? Grüß dich im說en! Liebe Mama, heute ist dein Ehrentag. Zu deinem 115. Geburtstag habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Ach, meine liebe Überraschung! Mach bitte die Augen zu, Mama! Was? Ich rechne mit mir an meinem Geburtstag, hä? Ich rechne aber gut! Nein, Mama, du sollst die Augen schließen! Ja, Augen schließen! Sehr super! Geh 5! Eine Überraschung! Ja, ja, Mama. Warte, ich könnte deine letzte Sache sein. Ich hasse den Ehrenklips! Los, ist die Überraschung! Musik, holfe! Was? Wer stört den großen Destroy-Roy? Wer stört mich bei meinem großen Auftritt? Wie ich sehe und verstehe, sie zu tanzen. Aber was machen die Bilanzen? Entschuldigen Sie meinen Aufzug, aber die Schulden sind so gut wie bezahlt. Ihre Glaubwürdigkeit hat infolge Ihrer Zahlungsmoral ein wenig gelitten. Die Instanz will Taten sehen! Worte sind wie Schei und Rauch! Besonders Ihre! Ihre Waffe! Mama, du entschuldigst mich einen Augenblick, damit ich die Instanz mal kurz in die Labors begleiten kann. Dort werden Sie sich von der Wahrhaftigkeit meiner Aussagen überzeugen können. Gehilfe? Nun gut, lassen wir uns überraschen! Glücklicherweise haben wir gerade ein paar Probanden zur Hand, die sich uns freiwillig im Dienst der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Herr Professor, mein Herr, erkläre Sie der Instanz noch einmal kurz den neuesten Stand Ihres Wertes. Nun, noch diese Reagenz hier? Alles ist zerstört. Sie haben Humor, aber mir ist es ernst. Mein Herr, was ist hier los? Mein Herr, anscheinend sind Ihre Pläne so im Zubruch gegangen. Ihre Waffe! Herr Professor! Mein Herr! Die Instanz weiß Ihre Bemühungen durchaus zu schätzen. Aber anscheinend, dass wir beim Wieg noch ein wenig unter die Arme greifen. In Ihrem eigenen Interesse rate ich Ihnen, Ihre letzte Chance zu nutzen. Ich empfehle mich! Herr Professor! Mein Herr! Herr Professor! 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 Ich würde gerne mal meine Karte ausprobieren, ob sie wieder funktioniert. Am General Coma. Und nun die Nachricht. Geht wieder. Nach einer spektakulären Befreiungsaktion sind die beiden gestern verhafteten Mitglieder einer terroristischen Vereinigung flüchtig. Nach ihnen wird Gefahren beliebt. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Sicherheitsdienststelle entgegen. Da die Verbindung zu einem fast vergessenen Landstrich als erwiesen angesehen wird, hat der große Destroy-Royal nach einer Sitzung des Krisenstabs den Krieg erklärt. Das ist doch... Scheiße! Feindliche Truppen sind in unser friedliches Megacity eingedrungen und haben unsere friedliche Forschung sabotiert. Wir wollten keinen Krieg, wenn man uns aber nur unter den Krieg aufzwängt, während wir unsere Freiheiten verteidigen! Bei der Befreiungsaktion wurde der Leiter der Apollo-Boss ermordet. Das stimmt doch überhaupt gar nicht! Der neue Leiter der Apollo-Boss bekam in sofortiger Wirkung eine Aufstockung der Mittel für militärische Forschungszwecke. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, steht der Durchbruch bei der Entwicklung einer völlig neuen Waffengattung kurz bevor. Ach, Scheiße! Wenn es hier ein bisschen mehr fette Leute geben würde, dann würden die mit sowas überhaupt gar nicht durchkommen! Aber hier gibt's ja noch nicht mal richtige Pants! Aber vielleicht könnte ich mit den Viechern was anfangen! Toxik-Fiecher, Schätzchen! Mach du was mit den Viechern! Ich bin da rein! Ja, und ich... Und ich... Wird das nächste Mal Destroy Roy auch nicht wieder wählen! Sprochen! Ja, ich... Ich muss dann auch mal wieder los in die freundliche Behörde, da wartet ja mein Büro auf mich. Ich wollte nochmal Danke sagen für alles. Nichts zu Dank! Vielen Dank! Wiedersehen! Wiedersehen! Das ist gut! Passt auf euch auf und, falls ihr meine Liefer braucht, ihr wisst wohl, ich finde! Das ist gut! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.